Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin spät. Wo ist Erik? Ist der gar nicht da? Nein, der ist nicht da. Deshalb frage ich doch. Ey Caro, schön dich wieder zu sehen. Ich weiß, ich weiß, ich hätte nicht vorbeikommen sollen. Das war eine dumme Idee, ich war gerade auf der Durchreihe. Was machst du hier? Beruhest man so Freunde? Ist das der Stalker, von dem du mir erzählt hast? Also auch wenn da jemand ist, dann schnapp ich mir den jetzt. Ich regle das. Ist da jemand? Da ist nix. Doch, ich schwör's dir, der hat jemand an die Scheibe gekloppt. Komm, lass uns ganz in Ruhe darüber reden, ja? Fuck.